Herzlich Willkommen! Dies ist der rechtshistorische Adventskalender. Der Überblick zur Rechtsgeschichte kommt in der Form von nem Gedichte. Als alle noch auf Bäumen wippten, da brauchte man das Recht noch nicht. Doch schon im ältesten Ägypten gab es Gesetze und Gericht. Die ein 2000 Jahre kürzig, weil ich ja Rom am meisten schätze. Dort gab's im Jahr 449 erst auf zwölf Tafeln ein Gesetz. Gut 150 Jahre nachher war Volkstribun Aquilius. Wir brauchen Haftungsregeln, sprach er, damit, wer schädigt, zahlen muss. Die Wissenschaft ging erst allmählich aus Pontifex Archiv hervor. Sie wurde klassisch erst als schmählich Anton den Bürgerkrieg verlor. Im Jahr des Herrn 130 hat man den Julian engagiert. Der war in Kaisers Auftrag fleißig, hat das Edikt Schluss redigiert. Noch ein Jahrhundert gab's dann massig Juristen und sie schrieben viel. Mit Paulus endete die Klassik. 300 Jahre war's recht still. Die Gästen, Kodex und Novellen, Institutionen noch vorweg, ließ Kaiser Justinian erstellen. Das Recht bewahren war der Zweck. Es waren schlechte Zeiten, so ergibt sich, dass man das Korpus bald vergaß. Und erst im Jahr 1070 mal wieder die die Gästen las. Aquusius stellte seine Glosse zusammen, als auch Eicke schrieb. Es war die Konkurrenz die große, die ihn zum Sachsenspiegeln trieb. Gutachten schreiben, wurde bald Mode, war gut bezahlt und sehr gefragt. Dann hat die gallische Methode die Wissenschaft auf Trab gebracht. Ab 1495 wirkte das RKG als Höchstgericht. Für die gemeinen Rechte bürgte der Assessoren Eidespflicht. Zu Mitte 16. Jahrhunderts war auch die deutsche Rezeption ganz abgeschlossen, die, wen wundert's, zwar langsam war, doch gründlich schon. Als dann die Rezeption vorbei war, wurde es moderner Usus, dass man bei der Quellenwahl recht frei war. Das kam den Sachsen sehr zu Pass. Im Säklum 18 galt als Quelle des Rechts schlicht die Vernunft. Und schon bald war auch Bentham dann zur Stelle. Idee der Kodifikation. Der Kurz-Zivil kam 1804 raus. Zehn Jahre zuvor das ALR. Für Österreich sagte ich, von mir aus, bringt uns A-B-G-B auch her. Fritz Savigny stand auf und lehrte, folgt keinesfalls dem Herrn Thibaut. Er forscht erst der Geschichte Werte. Sonst hat ein Kodex kein Niveau. Am 01.01.1900 kam erst das deutsche BG-Buch. Es wird geliebt, gehasst, bewundert, ist der Juristen Glück und Fluch. Hier enden unsere Rechtsgeschichten. Das 20. Jahrhundert passt nicht gut zu heiteren Gedichten. Zu grausam wäre der Kontrast. Drum ist hier Schluss mit unserer Sage von dem, was früher rechtens war. Wir wünschen schöne Weihnachtstage und auch ein gutes neues Jahr.